So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Supraland The Crash. Wir sind hier beim Speedrun angekommen, stehen geblieben, was auch immer. Und irgendwie brauchen wir noch eine effektive Abkürzung. Kann man nicht... Hier? Ja, wenn wir hier durchrennen, fahren wir uns doch einiges an Zeit. Weißt du was? Das probieren wir mal. So, jo, wir möchten... Ja, bitte. Bitte starten. Ja, komm. Los geht's! Okay. Äh, hier. Okay. Einmal Abkürzung. Ist schon vorbereitet. Oh, fuck. Ja, also wäre das nicht passiert, wäre es vielleicht möglich gewesen. Dann wäre es sogar super möglich gewesen. Krass. Kennerspiel. Ja, mach nochmal, bitte. Bitte, 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 bitte. Zurück zum Start. Es wäre möglich gewesen. Hätte ich nicht so. Ja, verkackt. Gut, ist sehr schön. Dann weiß man, wo das klappt. Oh, mein grüner Ball. Das ist so traurig, dass du da Auszeit haben musst. Ja, zurück. Du bist am Start. Ja, komm. Let's go. So. So und Nein, nimm den Schrott Ja, komm her Und noch ein Achievement Du Ballwinner Mussten wir uns auf die Astkastration ansprechen Gut, weißt du was Ich möchte erstmal das mit dem Keller bei der Königin noch machen Bevor wir hier groß weiter erkunden Wir haben ja jetzt einiges an Schrott Wir könnten uns eigentlich nochmal ein neues Raumschiff bauen Bist du nicht auch Waldo? Oh, du bist auch ein Waldo Von der richtigen Perspektive Ja, guck mal Wie mies Ah, mit den, mit den Oh, wow Also die Kleidung habe ich ja schon erkannt Das ist, weil du dann Nee Ah, man muss auf den Stein hier, glaube ich So Ja, nein, eigentlich Nee Eigentlich bräuchte man hier ein Force Cube Ich glaube, das zählt dann halt wirklich als Wow Crank Okay, muss ich mir merken Äh, was war Achso, im Keller wollte ich Na dann auf Ich hoffe, das ist jetzt kein Trick der Königin Töte die Schädel Ja, wie? Wir haben noch keine Waffe Sind die Dinger heiß? Nee Oh, ein Eine eingewickelte Batterie Ja, nehmen wir Keine Ahnung wofür Äh Oh, oh Yo Ein Hit, ein Tod Treffer, Tod Was auch immer Aha Ja, keine Ahnung Ich muss doch noch da Warum sind wir denn da instant tot? Heilige Scheiße Äh Kann ich mir da irgendwie noch Noch so Keine Ahnung Was zur Deckung aufbauen? Hier und Zwischen hier und hier Nee Warte, testen wir mal Ja, ihr trefft ja eigentlich gar nicht Nee Es war ja gar nicht instant tot Hä, warum denn Wenn ich nach da hinten gehe dann? Verstehe ich nicht Wofür ist das? Au, au, au Hä? Ne, es holt da schon nicht rein Ja, ich mein Wir regenerieren zwar Aber extrem langsam Oh, wir hatten sogar kurz Null Leben Nice Kann ich wieder zurück? Nein Äh Amin, ich glaube schon Dass wir hier als allererstes Ach, guck mal Jetzt da oben Kann man was reinstecken Da war hier ein bisschen blöd So Okay Dann ist hier einmal Strom So Das zweite Ding mit Strom Schon das dritte auch Und dann aimen die uns tot Jo Was ist eine beschissene Stelle Okay, aber der Strom bleibt Gewissermaßen Ohne Batterie Ja, toll Dann nochmal alles von vorne Au Oh, da haben die schon einen guten Guten Treffer Au So Keine Ahnung Schießen alle Mal schießen die mal nicht Okay So Als nächstes müssen wir Keine Ahnung So So Jetzt Was kriegen wir? Peace Aber wir haben nur den Strahlmodus Okay Ist mir egal Binde 100.000 Schrott Um die Rakete Fertig zu stellen Das machen wir Auf jeden Fall nicht Aber gut Dass wir den Ja Wir haben den Laser Schon Ja Der Laser bringt nicht so viel Also ein paar Dinge Können wir aktivieren Das ist schon Okay Schon nice Äh Achso So Rückweg ist offen Man könnte da noch hoch Warte Oh Jawoll Streichhölzer Äh Ah Da brauchen wir aber Geil Noch mehr Schrott Okay Nochmal Streichholz Ich mein geht es nicht eigentlich Ne Wenn wir unsere Seite tauschen Dann wird es nur ohne das Ding getauscht Okay Wir müssen es Ah okay Vielleicht müssen wir es auch erst anmachen Aber es brennt runter Ja Okay Dann mit Ball So Komm her Nee Jetzt wird nicht getauscht Dann Muss man es vielleicht mit einem normalen Schuss machen Ich weiß es nicht Ich glaube auch nicht dass wir das jetzt schon machen müssen Wir müssen erst alles alles sammeln und dann kann man Nachträglich holen So wir haben es geschafft eure Majestät Danke für die Hilfe Zamba entlohnt Da ist er mit drei Gazio und Schrott Aber Königin Die Zahl existiert nicht Zamba Ja sehr wohl Bitteschön der Herr Alter so viel Schrott Ehre Und wir haben 100.000 Und Bei Mein Armerkennar Die müssen von Irgendwo her kommen Yay Das heißt wir dürfen jetzt nochmal ein Raumschiff bauen Ah Gott Subjekt als hoch einzustufen Bei Desaster Überlebenschance Ah und die zwei Schrott kam ja jetzt extra außenkeller Also die wir noch nicht hätten Holen müssen Scheint so als wäre der Flansch des Triebwerks nicht stabil genug gewesen Dämliche Flansch Kannst du 100.000 Schrott finden Easy peasy Wenn du ihn gefunden hast bring ihn her Ja Kein Ding Kein Ding Haben wir nämlich schon Und Gerade ist die Musik für mich so laut So Schrauben muttern Flansche Wenn du Schrott hast Dann ja Weißt du ja Ja Ich will endlich raus hier Nächstes Mal wird es ganz sicher klappen Die Wahrscheinlichkeit hat sich verbessert Ein wenig Wir starten morgen früh Drei Zwei Eins Wuhu 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 Aber das können nicht viele von sich behaupten. Drei Raumschiff-Abstürze überlebt zu haben. Brich noch mal ein Percival's Haus ein. Ja, das wäre ja auch nur fair. Keine Raketen mehr. Oh. Keine Erkundung mehr! Oh, nein. Wir haben einen wütenden Mob. Ah, scheiße. Ah, ich habe Wolde gefunden. Wir wissen, dass Sie gerade Steuergeld für diese Experimente verschwendet. Mein Steuergeld! Ich gehe ja schon hier unten rein und schäme... Oh, oh. Stimmt, hier war ja noch was. Kann man nicht... Verdammt. Ein orangener Ball. Den können wir ja klauen. War hier nochmal Waldo? Ah, nein. Dieser Vampir saugt meine Kunden leer. Was? Strange. So, gib... Wo ist der orangener Ball? Ah. Deine Waffe könnte nützlich sein. Warum rauben wir denn nicht sofort instant alles von dem aus? Na ja, egal. Erstmal das Wichtigste. Noch ein bisschen Stampfschaden. Keine Ahnung. Knochen. Knochen. Aha. Und... Der Ball... Höh. Warte mal. Hierfür ist das gedacht. Okay, nochmal ein Extrakubiet mit zwei Knochen. Gut, kann man mal machen. Cool, diese Meute, ey. Hör doch auf, Mann. Und das Waldo dann natürlich auch mitmischst. Äh, durch den Hintereingang vielleicht. Ich weiß nicht, wohin die Kabel führen. Ja, das testen wir gleich. Ah, der Laser wird gar nicht Lina. Dafür brauchen wir die Schusswaffe. Wo? Monster wo? Keine Ahnung. Unser Schwert haben wir auch noch nicht, ne? Schwert, Force Cube. Force Cube muss man kaufen. Oh Gott. Force Cube kaufen. Schwert und normale Schusswaffe finden. So. Aber okay, ja, äh, den Ball habe ich jetzt respawned. Aber färben kann man ihn ja. Ups. Ne? Ne, hä? War das nicht so? Ne, färben kann man ihn nicht. Zumindest nicht so. Dann. Hier was machen. Also irgendwie müssen wir das hier auch aktivieren. Aber wahrscheinlich damit. Ja. Und. Wir brauchen was zu festhalten. Hä? Müssen wir... Warum müssen wir das Ding hochbringen? Ach so. Man kann das theoretisch verbinden. Aber es löst sich ja auf. Keine Ahnung. Das machen wir im nächsten Part. Wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänselpeter. Ciao.